Musik Hey und herzlich willkommen, ich bin's euer Spooky, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, es gibt ein paar neue Bilder und Infos zu One Piece Unlimited World Red und es wird langsam auch mal wieder Zeit, weil es gab jetzt wirklich lange, lange, lange keine Videos und Bilder mehr zu dem Spiel. Aber naja, fangen wir mal an mit den Infos und zwar wurden für den Colosseum Modus auf Dressrosa wurden 20 spielbare Charaktere bestätigt, die wir wirklich alle selber spielen können und ja, leider sind bis jetzt nur 19 bekannt, der 20. ist leider nicht bekannt, der wird wahrscheinlich bis zum Release von dem Spiel geheim gehalten. Ich habe aber zwei Vermutungen, wer es sein könnte, die sage ich euch aber am Schluss. Fangen wir einfach mal an und zwar sind natürlich die Strohhut Piratenbande dabei, also sprich Raffi, Zoronami, Sanji Lissop, Robin Chopper, Frankie Brooke sind auf jeden Fall dabei und ja, dann machen wir mal weiter mit den anderen und zwar Fujitora. Den kenne ich erst seit ein paar Tagen oder Wochen beziehungsweise, weil ich habe ihn durch die Info kennengelernt, sagen wir es mal so. Ich habe euch ja damals auch gefragt, ist das ein Charakter aus dem Anime oder ist das ein erfundener Charakter fürs Spiel? Ihr habt mir bestätigt, dass der wirklich für den Anime ist. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, kommt wahrscheinlich erst auf Dressrosa, ich bin gerade noch auf Punkast, aber das ist relevant, wir machen jetzt weiter. Und zwar wurde Ace auch noch bestätigt, war klar. Law wurde auch bestätigt. Crocodile wurde auch bestätigt, was ich leider nicht so verstehe, den hätten sie wirklich raushauen können, da hätten sie vielleicht mal Enel oder so reinhauen können. Aber der ist natürlich auch nicht dabei Enel. Dann wurde noch Boa Hancock bestätigt, was ich, naja, also ist jetzt nicht so mein Charakter. Buggy wurde natürlich bestätigt, das ist so ein Charakter, den liebe ich einfach, Buggy. Whitebeard wurde auch bestätigt und Jinbei natürlich auch. Aber jetzt, Leute, ich sag's euch, haltet euch irgendwo fest, weil ich bin gerade gestorben. Meine Mom und mein Bruder mussten gerade die sieben Dragon Balls suchen, um mich wiederzubeleben, ganz ehrlich. Weil mir war wirklich die Spucke weg, alles weg. Und zwar wurde Shanks bestätigt, Leute, Shanks. Fucking Shanks wurde bestätigt, der Typ mit dem Strohhot, der ihn Ruffy geschenkt hat. Oder den, boah, keine Ahnung, ich kann schon gar keinen Satz mehr bilden. Einfach krass, ey. Shanks wird richtig Bombe, da freue ich mich einfach drauf. Und natürlich noch Akaino. Akaino, okay, ja, hat Ace gekillt, alle hassen ihn. Naja, der wurde auch bestätigt. Und jetzt ist die große Frage, wer ist der 20. Charakter? Ich hab zwei Vermutungen, und zwar dieser Bösewicht zum Teil. Äh, der Bösewicht, ähm, dieser Vampir. Also dieser Bösewicht-Vampir, Vampir-Bösewicht. Ähm, den könnte ich mir vorstellen, dass das der 20. Charakter ist. Oder Don Flamingo. Äh, ich glaub, der heißt ja so, oder? Ähm, dass der bestätigt wird. Einer von diesen zwei wird's auf jeden Fall. Jemand anderes könnte ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt mir einfach eure Meinung in die Kommentare. Was haltet ihr von den Bildern, was haltet ihr von diesen 20 Charakteren, beziehungsweise 19, die jetzt bestätigt sind? Schreibt mir das mal ebenfalls in die Kommentare. Sorry, dass das Video jetzt gerade so ein bisschen verpeilt war, weil ich einfach noch so ein bisschen geflasht bin von Shanks und von meinem Tod noch gerade. Ich wurde ja gerade wiederbelebt. Äh, danke Shane Long nochmal an dich. Ähm, ja, wie gesagt, schreibt mir einfach alles in die Kommentare und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.